Hallo, mein Name ist Björn Schneider und ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wildeborger-Solmecke in Köln und unter anderem zuständig für den Bereich Datenschutz. Und im heutigen Video möchte ich mit euch kurz erläutern und besprechen, wie es momentan um die Rechtslage steht, ob Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung von Mitbewerbern über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, heißt kurz UWG, abgemahnt werden können. Nun, zunächst, bevor man auf die Thematik kommt, wie denn momentan die Rechtslage zu den verschiedenen Ansichten steht, ob Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung von Mitbewerbern abgemahnt werden können, sollten wir uns erstmal anschauen, was denn im Rahmen von Abmahnungen normalerweise gefordert wird. Zunächst wird erstmal gefordert, dass der behauptete Verstoß beseitigt, das heißt eingestellt wird, dann wird gefordert die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung und schließlich in den meisten Fällen dann noch der Ersatz der angefallenen Rechtsanwaltskosten für die ausgesprochene Abmahnung. Sofern man dann eine strafbewehrte Unterlassungserklärung auf eine Abmahnung, die man erhalten hat, abgibt, sollte man stets bedenken, dass sofern die Unterlassungserklärung vom Gegner angenommen wird und in Zukunft nochmal gegen den behaupteten Verstoß und die strafbewehrte Unterlassungserklärung schuldhaft verstoßen wird. Das heißt unter anderem beispielsweise bei einer Datenschutzerklärung und einer hierauf erfolgenden Abmahnung weiterhin keine Datenschutzerklärung auf der Webseite vorhält, obwohl man sich dazu strafbewehrt verpflichtet hat, dass der Gegner im Rahmen eines weiteren Vorgehens eine sogenannte Vertragsstrafe gelten machen kann. Bei den Vertragsstrafen müsst ihr wissen, dass die schnell in mehreren tausend Euro sich beziffern können. Das heißt, bevor man eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, egal ob die vom Gegner vorformuliert ist oder ob man die selber formuliert, abgibt, sollte man das stets überdenken und nachprüfen, ob denn tatsächlich der behauptete Verstoß, wie er im Rahmen der Abmahnung geltend gemacht wird und dargelegt wird, überhaupt berechtigt ist. Nun, sind denn Verstöße gegen die DSGVO von Mitbewerbern über das UWG abmahnfähig? Die Rechtslage ist momentan sehr umstritten. Höchstrichterliche Entscheidungen stehen auch weiterhin noch aus. Bisher hat zum Beispiel das Landgericht Würzburg Ende 2018, im September 2018 entschieden, dass Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung auch von einem Mitbewerber abmahnfähig sind und abgemahnt werden können. In dem dort Streit gegen ständlichen Fall ging es um eine Webseite. Im Rahmen der dort vorgehaltenen Impressungsangaben fand sich dann eine siebenzeilige Datenschutzerklärung. In der Datenschutzerklärung fehlte dann die nach der DSGVO aber verpflichtende Information über den Verantwortlichen. Zudem fand sich ein Kontaktformular, was nicht verschlüsselt war. Die Richter vom Landgericht Würzburg haben in diesem Fall entschieden, dass der behauptete und geltend gemachte Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung vom Mitbewerber abgemahnt werden konnte und haben entsprechend den Abgemahnten zur Unterlassung verpflichtet. Das Oberlandesgericht Hamburg hat Ende 2018 in einem anderen Fall auch entschieden, dass ein Mitbewerber in dem dortigen Fall einen Konkurrenten abmahnen konnte aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO. Allerdings beschränken die Hamburger Richter die Abmahnfähigkeit der DSGVO auf Fälle, in denen der Abmahnende einen Verstoß gegen sogenannte marktverhaltensregelnde Normen gelten macht. Das heißt, nicht jede Vorschrift der DSGVO kann dann von einem Mitbewerber abgemahnt werden, sondern diese muss konkret das Marktverhalten regeln und auch den Mitbewerber betreffen. Anders als die Landgerichte Würzburg und das Oberlandesgericht Hamburg haben unter anderem die Landgerichte Bochum, Magdeburg und jetzt auch Stuttgart aktuell im Mai 2019 entschieden, dass Verstöße gegen die DSGVO nicht von Mitbewerbern abgemahnt werden können sollen. In sämtlichen Entscheidungen, die eine Abmahnfähigkeit von Verstößen gegen die DSGVO durch Mitbewerber ablehnen, wird dies damit begründet, dass die DSGVO ein abschließendes Sanktionssystem enthält. Nach der DSGVO ist nicht vorgesehen, dass Mitbewerber Konkurrenten aufgrund von Datenschutzverstößen abmahnen können. Diese Möglichkeit würde erst eröffnet, wenn man sich dann der Auffassung anschließt, dass das UWG Anwendung findet über die Vorschriften des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb. Damit ist momentan die Rechtslage sehr unklar, dadurch, dass bislang Entscheidungen des Bundesgerichtshofs oder aber des Europäischen Gerichtshofs zu dieser Thematik fehlen. Nun, welchen Ausblick können wir euch geben? Dadurch, dass Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs zu der Thematik sämtlich fehlen, ist sehr vage, wann denn eine Entscheidung getroffen wird. Beim Europäischen Gerichtshof liegt ein Fall, der sogenannte Fashion-ID-Fall. Da geht es um den Facebook-Like-and-Share-Button, wo der EuGH sich möglicherweise zu dieser Thematik äußern werden kann. Zudem hat der Bundesgerichtshof momentan ein eigenes Verfahren ausgesetzt, bis der Europäische Gerichtshof in dem Verfahren Fashion-ID eine Entscheidung getroffen hat. Sollte der Europäische Gerichtshof in diesem Verfahren keine Entscheidung oder keine Worte darüber treffen, wie denn das Verhältnis UWG-DSGVO und Unterlassungsklagegesetz zueinander steht, würde der Bundesgerichtshof dieses Verfahren entsprechend dann dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Aus Bayern gab es im letzten Jahr einen Gesetzesantrag, nachdem das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, heißt das UWG, angepasst werden soll und mit dem dann ausdrücklich klargestellt werden sollte, dass Verstöße gegen die DSGVO von Mitbewerbern nicht mehr abgemahnt werden können. Den Antrag von Bayern hat der Bundesrat nicht zur Entscheidung angenommen. Heißt momentan ist die Rechtslage sehr unklar. Wir können euch daher leider nur die Empfehlung an die Hand geben. Solltet ihr eine Abmahnung erhalten, die Bezug nimmt auf die DSGVO von einem Mitbewerber, solltet ihr zwingend, bevor ihr eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt, diese prüfen und die zwischenzeitlich auch im Nachgang zu dem Video ergehenden Entscheidungen der jeweiligen Gerichte beobachten und verfolgen und möglicherweise da dann auch Indizien für euren konkreten Fall herleiten. Wenn neuere Entscheidungen, aber natürlich auch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs oder aber des Europäischen Gerichtshofs zu verzeichnen sind, werden wir euch natürlich auch in diesem Kanal darüber informieren und auf dem Laufenden halten. Ansonsten könnt ihr bis dahin auch gerne ein Abo dalassen und den Kanal weiterhin verfolgen. Jeden Donnerstag erscheinen hier neue Videos von den Experten.